Da ist Murphy gerade schlafen gegangen. Oh, ich sehe gerade, man kann in das Auto rein. Das ist sogar das Auto von damals. Lass mich da rein. Drogenfläschchen, jawohl. Drogen. Treffe mich im historischen so, 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 so. Dort ist, ja. Gut, ich denke mal, das ist hier hinter. Achso. Feuer. Und. Bäms. Ich will dieses Plöpp-Geräusch immer total verstören. So, hallo. Nee. Nee. Ja, ich, keine Ahnung. Aber das Tolle an der Sache ist, wir müssen uns darüber ja gar keine Gedanken machen. Wo muss ich denn jetzt hin? Genau. You got the Puppet up. Don't you know. Ah, jetzt können wir die Sache nur durchsuchen. Nice one. Ja, so gesund wird das garantiert nicht sein. Oh, geil. Der Garagenschlüssel. Jawohl. Kennys Garagenschlüssel. Gehört nicht den Eltern, gehört Kenny. Hier haben wir schon alles durchsucht, aber hier noch nicht. Lass uns Freunde sein. Willst du ein Selfie mit mir machen, Farter? Ja. Oh, die ist voll cool. Die Kleine ist cool. Karen McCormick. Thanks, new kid. Ja. Ich habe die verlorene Puppe gefunden. Können dir Freunde sein? Safe. Mr. McCormick. Oh, fucking glad that's over. Das ist dad, das ist vollkommen recht. Äh. Oh lol. So viele neue Wege. Oh, jetzt geht los. Looking for answers? Mr. Connor sends his regards. He wanted to come himself, but he's a very busy man. He mentioned some horrible tragedy happened to your mother. Funny how a few moments in our lives can completely change who we are, huh? And now you're gonna be taken out by assassins. Known as the City Ninja Service. Oh, oh! Achoo! Oh! You know what to do with him when you're done. Hey, wait, you forgot to pay me. After it's done. No, no, no. You hire services of the City Ninja Service. You pay in advance. That's on the website. You don't sound Japanese. Are you sure you're really ninjas? Yeah, yeah, I'm ninja. Look at my fucking eyes. Come on, give me a check. Made up to the City Ninja Service. Just get it over with. Okay, hurry up. We're from City Ninja. I'm afraid we got paid to assassinate you today. So, uh, we have to do that. Of course on RAS. You want to pay us not to? Five thousand dollars. Okay, if you don't want to pay us, we're going to have to murder you. Wir nehmen einfach dein Geld, was wir gleich gewinnen werden. So, so sieht halt irgendwie aus. Okay. Bisschen taktisch. Erstmal die Leute kommen lassen. Ja, 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 dumme hier auch. So, nein, die stecken gut ein. So. So. Boah, das läuft gar nicht mal so schlecht gerade. Ich muss aber sagen, für Ninjas greifen die extrem selten an. Da ist der Wurfstern. Ach, komm, im Ernst. Nein, dem Detlef. Oh, falsche Lasse. Echt, ich blute? Ich hab mein Schutzschild. Hallo, du kannst mir nichts tun. Das ist gut. So könntest du stehen bleiben, wenn du wollt. Piu, piu, piu. Laserkönst. Schade. Warum kann ich eigentlich meine Lakaien nicht benutzen? Kann mir mal einer erklären. Ja, ja, mach mal. Zack. Zack. Naja, macht ihr mal da. Good job, Ninja. Very authentic. Jetzt wird hier kurzer Prozess gemacht mit euch Dreckssäcken. Ja, Mr. Kim machen wir gleich weg. Zeit, um das zu Ende zu Ende zu enden. Das ist 100 Pro, ist das Mr. Kim da drunter. Und der hat ja auch acht verschiedene Persönlichkeiten. Eigentlich ist das ja ein Weißer. Kein Asiate. So, der verbrennt jetzt. Ich hätte mich auf Mr. Kim konzentrieren müssen. Na ja, egal. Dann zieht sich das halt noch ein bisschen. Sehr gut. Sehr gut. Das war's. Mr. Kim. Sayonara, du Arschgericht. Gibt's einen Grund, warum der Typ sich jetzt an den Rand gestellt hat? Wenn ja, dann wüsste ich den gerne. Das ist blockiert, na toll. Bam, 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 bam. Ja, ich bin... Vielleicht setze ich gleich ein Macaroni-Bild ein, aber noch haben die ja keine Probleme. Also Macaroni-Bild, dann beschwören die hier, äh... Wie auch immer er heißt es herbei und er halte die dann alle auf maximalstes und alles. Das ist ein Macaroni-Bild. Tja. Ach, im Ernst? Wie viele kommen denn da? Alles klar, wir brauchen das Macaroni-Bild. Männer. Ja, Alter, das ist South Park, äh, South Park, ja, das ist, das, das muss so. Oh, lol. Ich setze jetzt das Macaroni-Bild ein. Da siehst du, das halten die alle voll und halten auch voll Statuseffekten. Meanwhile, at the Hall of Super-Best-Friends. Let all debts be forgiven and all slaves free. Mua. 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 Alles klar, wir müssen die Spawner wegmachen. Ey, du stinkst richtig hart, das weißt du schon, ne? Das Problem ist, jetzt müssen wir schnell sein, weil... Oh, warte mal. Bluten ist gar nicht mal so geil. Moses, genau. So hieß der Typ. Bei der Macht von Greyskull, ich habe die Kraft. So, du bist jetzt erstmal ein bisschen disorientiert. Hass, Junge, Hass. So, weh, ihr bleibt jetzt hier alle am Leben. Dann flipp ich aber aus hier. Das ist ja wie hier Arnold Schwarzenegger. Get to the chopper. Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Ja, Cartman ist ein Tank. Der kann, den kann nicht so schnell platten machen. So will ich das sehen. Äh, jetzt wird die Luft langsam dünn da hinten für dich, Kollege. So, und mit dir mache ich jetzt hier kurz einen Prozess. Bam, 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 einmal gebrutzelt. Boah, das ist so ein krasser Dude, ne? So, jetzt heißt es noch Du und wir vier. Ja. Und das hat sich jetzt damit erledigt. Ich wollte gerade sagen, jetzt stehe ich nochmal auf. Oh, nice. Wie hieß er? Bruce Snell, Baby. Uh. Hahaha. Hahaha. Ah, es ist schon spät, liebe Freunde. Kriege ich jetzt dein Geld? Ja, gut, dass wir so aufgelabelt sind. Sonst hätte man da Probleme gekriegt mit. Äh, tauschen wir gegen das. Ja, mit 500 Power können wir auch ins Raisins gehen. Dann können wir wieder abladen machen, die kleinen Lucha. Lucha. Erinnerbären. Wo kommt der denn jetzt her? Oh, bitte nicht. Ich bin eine Sekunde aus dem Bild. Oh, nee. Komm. Alter. Oh. Ich kriege zu viel hier. Alter, als ob ich das jetzt nochmal machen muss. Also, was heißt nochmal? Aber, oh, nee. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ja ja. Fuck! Kalt mit dem Boden steht! Oh, das macht der Junge nicht immer. Oh ich will nicht gegen die Kämpfen. Da müssen die jetzt alle... All die wir die beiden erst mit der weißen Maske wegmachen. Und dann... Ich wollte mir nur eigentlich das Dach oben angucken. Hey, wieviel sind die denn hier zu Gange? Ach ja klar! Ja sicher! Wir machen jetzt. Macaroni-Belt lohnt nicht. Warte. Oh, was hab ich getan? Ah, was hab ich getan? Hey, Belly. Willst du meinen Kämpfer sehen? Sehr nett. Deine Mutter... Deine Mutter... ist dein Vater. Butters... Butters wird jetzt erstmal ein bisschen beschützt. Ich bin hier. Dich hat. Uh, ich bin hier. Die Quatsch-Belt hat das so gut. Aber ich brauche mich. aber ich brauche mich schlafen. Aber ich brauche mich aus. Und mache dich zu sein! Herr, das ist wirklich besser. Ich brauche die Quatsch-Belt. Ich brauche das. Ich brauche mich zu meinem Körper. Aber ich brauche mich zu sein. Ja komm, das haben wir verloren. Oh je, ich hoffe, wir müssen das nicht nochmal von vorne machen. Da habe ich gerade keinen Nerv zu, um ehrlich zu sein. Ja. Und noch ein, ja klar. Boah, sind, ja guck dir das an ey. Schlimmer als die Pest sind die. Was? Letzter Checkpoint. Gott sei Dank. So. Jetzt werden wir, wir sind damit nämlich noch nicht durch. Bei Tokens Haus ist da oben. Und wer ist der Burrito Mann? Der, 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 Miss, keine, Tacos and Burritos. Okay, nicht da, alles klar. Gut. Na denn. Ja, auch ein, da steht sogar ein Ninja. Ja. Kannst mir jetzt aber gepflegt die Füße küssen. koreanische City Ninjas. Holy crap, new kid. Why are you on TV every night? Tja, ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ich bin Darkwing Einhorn. Hier, Unicorn. . Okay. Vielen Dank.